Schönen Sie probieren Thurgauer Möckli? Spezialität aus Thurgau seit 1953. Können Sie Ihnen ein feines Thurgau-Möckli offerieren? Wir wollen spüren. Wir probieren das Thurgau-Möckli. Wir probieren das Thurgau-Möckli. Wir probieren das Thurgau-Möckli. Wir probieren das Thurgau-Möckli. Das Thurgau-Möckli, regionalspezial. Dann feine Bisskülle. Thurgau-Möckli. Danke. Alle nehmen. Ja, bitte. Ich muss noch mal eins. Noch mal eins. Mhh, super. Ein Thurgau-Möckli offerieren. Danke vielmals dir. Ich glaube, es sind wahnsinnig fein. Familie Möckli. Fast recht in Thurgau. Sagen Sie mir mal, was es findet. Möchtet Sie auch gerne ein? Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Wie finden Sie es? Wunderbar. Sehr gut. Ist es gut? Ist es nicht schlecht wirklich? Ist es gut? Ja. Was ist vorbei? Sie haben es gut gefunden. Haben Sie es gut gefunden? Sehr gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schocki ist immer gut. Das ist sicher wunderbar. Das ist wunderbar, dass Sie kür sind. Ja, da haben Sie recht. Ich würde es ja gerne eins probieren. Das ist gut für die Linien, oder? Absolut. Für die Gesundheit. Dann ist mir Glück. Schocki ist auch glücklich. Ja, das stimmt. Und zwar gar nicht schlecht. Das ist gut. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.